So, hier ist meine Ravioli Dose. Die Farbe der Woche ist Old Turquoise. Ich werde auch aber mit ein bisschen Vintage D arbeiten. Ich nehme nur kurz meine Armband ab, damit es nicht passiert. Lass uns anfangen. Zuerst male ich die Dose mit Vintage D. Das ist meine Basisfarbe für dieses Projekt. Dafür benutze ich einen Schwamm. Es ist viel besser, wenn man auf Metall arbeitet, einen Schwamm zu benutzen. Dann mache ich das gleiche mit Old Turquoise. Dann nehme ich Chocolate Browned und Rusty Orange und ich mische die Farben mit Holzmehl. Das wird mich ein bisschen helfen, eine Struktur zu geben und diesen Rust Look zu kreieren. Ich male aber nur am Rand der Dose. Dann wähle ich eine Blumen aus dem Vintage Dream Transfer Motiv von Redesign und dekoriere ich so eine Dose. Einfach vorsichtig überall transferieren und das Traktpapier vorsichtig entfernen. Dann versiegele ich die Dose mit Brown Wax und etwas von Bronze Wax. Und dazu nehme ich die blaue Patinen Wax und Sparkle Mint, auch nur am Rand der Dose.